Weihnacht! Was nicht zu rennen war, mit solcher Leidenschaft gekämpft, so sonderbar, geflucht und geschrien und so chancenlos, uns keine Sekunde gefragt, was war mit uns los? Und als es dann vorbei war, nur noch gelacht, uns schweigste Bade gefragt, was haben wir gemacht? Wir konnten nicht gewinnen, konnten nur verlieren die Philosophen, denn uns wird ganz so philosophisch, warum man trotzdem etwas tut, auch wenn es sinnlos ist, wenn du es doch besser lässt, wenn du vernünftig bist. Wir saßen und reden, die Sonne versandt und wir kamen zu dem Schloss, den ich schien, damals zur Klasse fand. Was hätten wir denn tun sollen? Was hätten wir denn tun sollen? Vielleicht ist es manchmal falsch, gelassen zu bleiben, vielleicht ist es überhaupt falsch, sich so zu entscheiden, Als wir zusammen dich aufgerannt, wir waren so stolz, kein blödes Nahrung und kein leichtes Was-Solz. Vielen Dank!